MAKE A FEW Und ja, wir werden uns in diesem und vermutlich auch, je nachdem wie es läuft, im nächsten Part auf diesem Planeten hier aufhalten. Denn das hier ist der heißersehnte Planet. Und zwar Teil 2, sag ich mal, dieses Kristall-Suchen-Spiels. Denn, da vorne sieht man es schon, hier gibt es ebenfalls Kristalle. Und ich glaube, hier heißen sie Mondsteine oder so. Okay, aber reden wir erstmal mit dem komischen Typen. Oh, oh, Mann, es bewegt sich nicht. Gewalt ist keine Lösung. Können Sie den Fels bewegen, Sir? Das kann ich. Und? Etwas Geduld. Der Fels bewegt sich erst, wenn die Kräfte des Universums im Einklang sind. Okay, könnten wir diese Kräfte etwas schneller im Einklang bringen? Ah, ja, die holistische Resonanz von Mondsteinen kann möglicherweise die Kräfte lenken. Alles klar. Gut, ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt diese Mondsteine finden. Und ich meine, es gibt 101... War das so? Ich meine es schon. Ich meine, es gibt 101. Alles klar. Dann müssen wir uns mal vorbereiten. Ich würde sagen, wir nehmen die Plasma-Spule. Und dann wollen wir mal. Denn hier sind überall diese Viecher, die nicht gerade wenig Schaden machen. Und diese Viecher hier sind auch ganz schön nervig, weil erstens halten sie unglaublich viel aus. Und zweitens sind sie nervig. So. Aber sie droppen wenigstens einen Kristall. Sind also theoretisch sowas wie diese großen Viecher aus der Wüste. Wow, das ging schnell. Verdammt nochmal, ey. Ihr gebt mir mächtig auf die Nerven. Aber ich habe auch nichts. Womit ich, äh, die besser loswerden kann. Allerdings geben die unglaublich viel Erfahrung. Und das ist nice. So. Ein gewisser Trick an diesem Planeten ist auch, dass man, vor allem wenn man später im oberen Bereich ist, also wir können hier noch nicht alles erkunden, wenn man später im oberen Bereich ist, äh, dann kann man ziemlich leicht sehr viele Kristalle bekommen, indem man einfach die ganze Zeit an dem, am Rand der Map entlang, oh nein, an dem man die ganze Zeit am Rand der Map entlangläuft. Und da die ganze Zeit Kristalle zerschaut, weil ziemlich viele aus irgendeinem Grund am Rand platziert wurden. Ich meine, gut, habe ich nichts gegen. Muss ich weniger suchen. Aber, ja. Wir müssen trotzdem etwas suchen, weil es ist relativ schwer, sie alle zu finden. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, es müsste eigentlich so sein, dass man, äh, mit dem Kartomat alles sehen kann. Darf ich dann jetzt auch mal angreifen, bitte? Oh mein Gott, die machen halt auch so unglaublich viel Schaden. So, weg mit euch allen. Und wir werden sehr oft zurücklaufen müssen und Munition holen. Sehr, sehr oft. Ach, komm schon. Die machen halt auch so ein ganzes Vierer-Ding Schaden. Das ist echt nicht geil. So, 16 brauchen wir, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Aber 16 sollten es sein. So, der eine Mondstein sollte noch kommen. Ich höre ihn. Da kommt er. So, erstmal vollkaufen. Und ja, dazu fehlt es noch ein bisschen. Aber, sobald wir hier durchgehen, sobald der alles von uns hat, was er will, dann können wir hier weiter Kristalle suchen und dann kriegen wir wieder Geld. Und dann werden wir reich. Also, ja. So, Moment. Hier. Hier. So, geh bitte drauf. Danke. So, 13 hier unten. Sollte es eigentlich 16 geben, meine ich? Oder täusche ich mich da gerade? Wow. Das ist einfach ein One-Hits-Kill. Alles klar. Das wusste ich auch noch nicht. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Weil ich meine, hier gibt es ja... Da ist noch einer. Na, lass mich in Ruhe. So. Gott, hier sind so viele von denen. Oder gibt es hier doch nur 14? Na, egal. Wir haben eh schon genug, also gehen wir mal zu dem Typen zurück. Ich glaube, wir brauchen 12 oder so, um den Felsen zu bewegen. Also, komm her, Bruder. Nee, neun. Ja, die Ankunft der Mondsteine ist gut. Denn in eben diesem Moment kann ich den Fels bewegen. Mann, was für ein Zufall. Danke, Sir. Das war sehr hilfreich. Deine Dankbarkeit rührt mich, Junge. Ich habe auch einen Teil von einem sogenannten Hypnomatik. Bringt mir mehr Mondsteine, dann könnt ihr es haben. Moment. Ich dachte, du hättest kein Verlangen nach Besitztümern. Bitte. Belastet mich jetzt nicht mit euren Würden. Ich bin müde vom Eben des Felsens und muss rum. Ja, ein äußerst fragwürdiger Charakter, aber gut. Wir müssen sowieso erstmal hier durch, weil ansonsten können wir eh nicht weitermachen. Gut, also Gleiter einsetzen. So, hier müssen wir jetzt ein wenig aufpassen, weil ich hier durchaus schon das ein oder andere Mal gefailt habe. Auch wenn ich das Spiel sehr oft gespielt habe, kann ich immer noch nicht wirklich hundertprozentig mit dem Gleiter umgehen. Vor allem mag ich es nicht mit dem Teil nach unten zu fliegen, weil dann wird man schneller und man hat so schon nicht sehr gut Kontrolle über das Ding und oh, geschafft, Gott sei Dank. Naja, reicht noch nicht. Aber warte, Munition. Das ist auch so viel verschwendete Erfahrung hier die ganze Zeit, ne? Hm, eigentlich nicht schön. Aber egal, wir kommen nicht drum rum. So. Ähm. Ah, das war einfach. Okay, diese kleinen Drecksviecher, da sollte man nicht unterschätzen. Die machen nämlich doch unangenehm viel Schaden. Also nehmen wir die Spule raus und machen direkt kurz einen Prozess. So. die überleben nämlich nicht lange. Gott sei Dank. Okay, das war's. Äh, wir kaufen besser nochmal. So. Denn hier kommen noch einige von denen. Hm, hier. So. Ich find's übrigens ziemlich dumm eigentlich vom Spiel, dass man das Sternzeichen theoretisch jetzt schon kaufen könnte, obwohl man niemals im Leben dazu in der Lage ist, bis hierhin eine Million 500.000 Bowls zu sammeln. Das geht im Leben nicht. Deswegen verstehe ich nicht, warum man das Teil nicht erst im Herausforderungsmodus kaufen kann. Aber egal. Ich hinterfrage es nicht. was ist das jetzt? Danke. So. Aber wir kriegen auch fast immer über 2000 Bowls aus den Kisten. Also 1000er scheint immer rauszufliegen. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Mit der Plasmaspule hat man hier einfach absolut keine Probleme. Oh ja, und wir haben es bald. So, nun kommt auch eine Sache, die mich ein kleines bisschen nervt, weil es auch unmöglich ist, bis zum jetzigen Zeitpunkt des Spiels das zu besitzen. Und zwar ist hier schon wieder ein Rüstungsautomat und ihr werdet euch denken, was das heißt. neue Rüstung. Die Carbonox-Rüstung. Oder Panzerung. Ja, eine Millionen Bowls. Das ist nicht möglich bis hierhin. Deswegen ach egal. Ich hinterfrage das Spiel einfach nicht. So, jetzt müssen wir das hier hacken und dann kommen wir in den oberen Bereich der Wüste, also der Eiswüste. Komm schon. Geht doch. Da sieht man's. Da ist jetzt irgendwie Wasser oder sowas rausgekommen. Das ist gefroren. Und jetzt kommen wir auf den oberen Teil. Und da gibt es einen ganzen Haufen von diesen Kristallen. So, warte, bin ich voll? Ich bin voll, ja. Also, Vollgas voraus. Wir kümmern uns erstmal nicht um die Gegner, sondern sehen erstmal zu, dass wir so gut wie möglich so viele Kristalle wie möglich bekommen. Da. Hier ist schon einer davon. Lasst mich das nur mitnehmen und weg. So, nun einfach die ganze Zeit der Seite folgen. Da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Ich weiß nicht, warum sie so viele an den äußeren Rändern platziert haben. Vielleicht ist die Eiswüste auch einfach zu klein, um hier alle gut genug zu platzieren. Kann auch sein, weil groß ist das Gebiet hier nicht. aber trotzdem. Ich finde, ein bisschen intelligenter hätte man sie schon platzieren können. Moment. Den nehmen wir uns auch noch mit. So, lasst mich bitte alle in Ruhe. da unten. Oh Gott, ey, die schießen so weit. Wenigstens bekommen die ein bisschen Schaden, wenn man sie schlägt. Oh Gott. Das ist halt auch der Nachteil, wenn man einfach durchrennt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. man bekommt nämlich sehr viel ab. So, schnell weiter. Gleich sollten wir einmal rum sein. Oh Gott, nein, nein, nein. Schnell weiter. So, hier auch. ich hoffe, das war eine Fehlentscheidung. Gott. Hier sind so viele von denen. Okay, Moment mal. Wir sollten uns jetzt doch mal dazu entscheiden, ein bisschen anzugreifen. kommen. So, euch beide mache ich fertig. Du da hinten könntest jetzt auch mal drauf gehen. komm schon. Komm schon. Danke. Puh. Und wir haben die 100.000 tatsächlich. Und schon 25 Kristalle. Wir können uns das Hypnomatik-Teil im Prinzip schon holen. Ja, und da ist es passiert. Okay, ich wollte das einfach so lange machen, bis ich einmal sterbe. Also, holen wir jetzt das Hypnomatik-Teil. Zack. Äh, hallo? Wir haben noch mehr Mondsteine. Nein, habt ihr nicht. Was? Die Existenz ist eine Lüge. Gefühle sind Illusionen. Besitz ist bloß eine Täuschung. Na gut, ich hatte Illusion einiger Mondsteine. Kriege ich dafür die Täuschung des Hypnomatik-Teils? Du, hast viel gelernt, mein Junge. Jetzt bringen wir noch mehr Mondsteine, dann wirst du reich belohnt werden. Der Typ ist so komisch. Aber gut, für 10 Mondsteine gibt es 30.000 Bowls. Ja, ein Mondstein ist 3000 Bowls wert und das nehmen wir doch liebend gerne an. Das bedeutet dann nämlich, dass wir uns jetzt endlich den Rausschmeißer holen können und nicht mehr die ganze Zeit Erfahrung verschwenden. was ich doch sehr, sehr gut heißen würde. So, also, wo ist er? Hier. Ach, nice. Endlich haben wir ihn. Der Rausschmeißer. Wenn der erstmal gelevelt ist, der wird uns im Final-Boss-Kampf so viel helfen. Ey! Ich glaube, es hackt. So, dann kümmern wir uns jetzt mal um ein paar Oh Gott. Vor allem, das Ding macht auch so unglaublich viel Schaden. So, alter. 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 Komm schon. Könntest du da vorne jetzt bitte mal draufgehen? Er will einfach nicht draufgehen. Na, endlich. Meine Fresse, ey. Ich glaube, für die Großen bleiben wir dann doch lieber mal bei der Plasmaspule, die ich nicht voll gekauft habe. Machen wir das mal schnell. Na, der Part ist eh fast vorbei. Aber egal, ein klein wenig machen wir noch. Also gut, so. Das ist voll, das voll kaufen und das voll kaufen. ja. Als nächstes müssen wir für den Schildlader sparen. Okay. Also ich würde sagen, wir gehen einfach mal irgendwo mitten rein, am besten hier. Und gucken, dass wir noch einige Mondsteine an Land kriegen. so. Na Gott, ey, es sind so viele. Könnt ihr nicht einfach alle drauf gehen? Na, war ja klar, jetzt auch noch wieder Ölsch auf. Kommt, geht's weg. Ich finde es ja schön, dass ihr mir hier die ganze Zeit Erfahrung geben wollt, aber nach einer Zeit wird es doch ein wenig nervig. Verdammte Scheiße, ey. Okay. Gucken wir jetzt mal in der Mitte. Oh Gott. Kamera, würdest du dich bitte drehen? Warum dreht sich die Kamera nicht? Meine Fresse. Okay, Moment. Okay. So, muss ich gucken, dass ich das Teil hier hier jetzt irgendwie down kriege. Komm schon, stopp jetzt. Wie viel hältst du denn aus? Endlich. Ich bin tot. Und ihr geht mir tot. Gut. Ja, dann würde ich sagen, was das an der Stelle für den Part. Also, Daumen hoch, was euch gefallen hat, abonnieren, wenn ihr euch unterstützen wollt, Kommentare sind immer gerne gesehen und ciao, Leute.